Hallo, mein Name ist Jorge Alesi González Madrigal, Barona Vela. Und was sagen Sie dazu? Ich finde das total spannend, weil ich habe eine große Aprodie gemacht. Ja, hallo, liebe Radau-Fans. Wir haben Fotos gemacht für das Cover unserer neuen CD, das Blaue vom Himmel. Und da waren wir im Fotostubio. Ich habe mir heute als Co-Moderatorin zwei prominente Gäste eingeladen. Und das sind Bruce, Daniel. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Und Jorge. Meine erste Frage geht an Jorge. Haben wir, also ich sag mal ich, das Zeug zum Fotomodell. Ich habe ja ein Hohlkreuz. Holzkreuz. Holzkreuz, das kennt nicht. Mit Holzkreuz. Man muss natürlich sagen, der Hüftschwung ist das A und O. Das ist doch alles kein Problem. Der Hüftschwung ist das A und O, aber das haben wir auch geübt. Wie man hier sieht. Das ist doch alles kein Problem. Natürlich gibt es Potenzial, aber muss man trainieren. Boah, das ist ja hammermäßig. Mensch, das sah doch gut aus. Oder was meinst du, Bruce? Das Aussehen, das kommt und es geht. Und Fakt ist, du bist wunderschön. Das hast du wirklich schön gesagt. Oh, guck mal, guck mal. Was hat sie eigentlich für ein Problem? Sie heißt Olli. Jetzt werde ich aber langsam fühlisch. Wir müssen Schluss machen. Vielen Dank, lieber Bruce und lieber Jorge. Und vielen Dank, liebe Radau-Felden, fürs Zugucken. Und Bruce, du willst noch was sagen? Warum hast du eine Mütze auf deinen Kopf? Warum hast du eine Mütze auf deinen Kopf?